Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meine Freunde auf dem YouTube-Server 2x2 mit Wolffi gemeldet Hi und ich habe jetzt noch eine Aufnahme dran eigentlich nur das LK in der OBS aber muss ja keiner fahren und ihr wisst ja zwölf der Test und jetzt habe ich 50 jetzt kann ich mich wenigstens gescheitig entdecken aber Rauf ist immer noch da, das ist okay Junge weil jetzt kann ich wenigstens das hier machen ja ich sage einfach so jetzt kann ich wenigstens das machen und verkauft erst mal in Instagram ja ich sag nur typisch vor für Effekte du, ich hab so ein Thema dabei wieso das die letzten 8 Tage oder 6 Tage ich weiß nicht ganz genau und keine Videos kam weil ich nämlich nicht so viel Motivation hatte weil ich ja nicht richtig gelächter dann so und bei mir ich habe auch so viele aufgenommen und versucht ich habe versucht aufzunehmen aber ich habe immer unzukriegen wegen dem Rauschen das Haus nicht hat immer noch geholfen das interessiert mich gar nicht, weil ich einfach einfach nur die auf Nebel okay, dann haben wir es mit Kampel ich habe schon gedacht äh, und ja und ich war ein bisschen krank ich habe immer noch ein bisschen mehr meine Stimme bei ja, okay naja, das ist ein Eis zu gebaut Hilfe komm einfach ich sitze, ich treffe okay ich bin 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 ich politik ich habe er hat sich gestorben ist er hat mich nicht immer nur immer nur die für immer nur schwer zu kommen wir dürfen jetzt keine Zerblinie Okay. Okay, fahr rein. Ich beeil mich. Ich bin nicht gesprintet, verdammt. Schön. Ja. alles klar ich bin ein wenigstens Warte, mein bester Vorgriff fliegt gerade ein. Weile ich aber. Warte, bis du kommst. Pascal? Ja, wo bist du? Ich bin wieder daheim, weil du spürst mich gerade. Was? Ich bin gerade unter dem Aufnehmen. Schau. Ja. Ja, ich bin eben keine Ahnung. Ich bin in Amerika und dann bringe ich die noch hoch und dann kommst du. Hey, du hast du eh gesagt, PSG-Platz. Was ist? Du hast du eh gesagt, PSG-Platz. Nee, das bringt nicht viel, weil wenn es so dunkel ist, du verspürst. Alles klar, ich bin wieder klar. Ach so, ja, okay. Ja, wo wollen wir uns dann treffen? Ich bin einfach, weil ihr halt da den kleinen, kleinen Stück noch hoch vor den Stufen da und auch gerade da. Ja, okay, ich werde schon finden. Ich bin dann wahrscheinlich schwer. Ich bin dann später erstens so um 20 Minuten. Ja, sei einfach um die 7 Nacht nach. Warte, pass auf, Woll. Was? Ich habe ihn hier wegeholt. Komm. Äh, alles klar. Elektro. Ich bin gar nicht. Hast du essen? Nee, nee, nee. Das ist die gerade panisch mitzukommen. Ich habe auch nur noch vier Herzen. Ich glaube, den Sprung überlebe ich nicht. Du hast uns dick, ne? Ich habe nur eine Bicke. Ich würde dann das Bett abbauen. Ja, okay. Du hast uns dick, ne? Ich bin tot. Einige, die sind tot. Eine, die sind tot. Eine, die sind tot. Okay. Ich bin tot. Ja, wir können jetzt keine zweite Runde heransetzen, weil ich jetzt ausgehe. Ich bin nämlich noch verabredet und das war jetzt eigentlich so eine richtige spontane Aufnahme. Eigentlich könnten wir alle ihm danken, also Wolf und Melka er mir geholfen hat oder irgendwie den Link geschickt hat, dass ich das alte OBS ohne Kritik. Okay. Ich hab doch gern auch, ich finde. Ja, schaut. Auf jeden Fall. Bei Wolf und Melka. Ich bin zu dumm für den Linken, also. Also. Ciao. Ciao. Und ich kann nicht die ausnehmen, ich glaube nicht gleich. Ja, nein. Okay, es geht.